Phaeton Phaeton, so erzählten sich die Leute, war der Sohn des Sonnengottes Helios. Aber bitter mußte er darunter leiden, daß seine Mutter eine Erdgeborene war, denn die Menschen, unter denen er lebte, wollten nichts wissen von seiner überirdischen Abstammung. »Du prallst mit einem himmlischen Vater«, spotteten sie, »den du selber niemals gesehen hast. Wer weiß, ob du nicht von ganz dunkler Herkunft bist und besser daran tätest, gar nicht von deinem Vater zu reden.« Und als Klümene die Mutter für ihren Sohn und seine göttliche Geburt eintrat, da mußte sie zum Spott noch härtere Beschimpfungen erdulden. Phaeton wollte solch Schande nicht länger ertragen. »Ich will Klarheit«, rief er entschlossen und machte sich auf den Weg. Er wollte Helios, seinen göttlichen Vater, selber um Antwort bitten. Wie staunte der Jüngling, als er die Königsburg betrat. Auf herrlichen Säulen, schimmernd von gleißendem Golde und feurigem Karfunkel, ruhte der Paläst. In glänzendes Elfenbein war der Kiebel gefaßt, die mächtigen Doppeltore leuchteten im Silberglanze. So sehr blendete die strahlende Lichterfülle, Phaetons Augen, daß er nicht nahe zu treten wagte. Staunen starrte der Jüngling von Ferne auf die Wunderpracht. Der goldene Thron, auf dem Helios saß, war mit glänzenden Smaragden geziert. Zu beiden Seiten des Sonnengottes stand sein Gefolge. Der Tag, der Monat, das Jahr, die Jahrhunderte. Die Horen, da stand der Frühling im Blütenschmucke, der Sommer mit dem Kranz aus Ähren. Es standen da Reben, begrenzte der Herbst und der eisige Winter in schneeweißem Haar. Helios, dessen Augen nichts entgegen kann, hatte den Jüngling längst erspäht. »Was führt dich zu mir?« rief er. »Was suchst du in der Burg deines Vaters, mein Sohn Phaeton?« »Oh, du strahlendes Weltenlicht!« kam zögernd die Antwort. »Vater, Phoebus, wenn du mir erlaubst, dich anzusprechen in schweren Herzensnöten nahe ich dir, so sprich.« »Ich muß in harten Zweifeln leben, ob du wirklich mein Vater bist, Phoebus, und Spott und Beschimpfung der Mitmenschen muß ich auf mich nehmen. Gib mir ein Zeichen als Unterpfand, göttlicher Vater. Ich bitte dich, daß man mich als deinen Sohn gelten läßt, und ich mich nicht länger mit Zweifeln zu quälen brauche.« So sprach Phaeton. Da legte sein himmlischer Vater die Strahlen ab, die rings sein Haupt umleuchteten, und hieß ihn näher treten. Herzlich schloß er den Sohn in seine Arme. »Niemals werde ich dich als meinen Spross verleugnen, denn es ist wahr, was Klümene gesagt hat. Damit dir aber jeder Zweifel schwinde, sprich einen Wunsch aus, er wird dir erfüllt werden. Bei Stücks, dem Flusse der Unterwelt, bei dem die Götter schwören, ich gelobe es dir.« Der Vater hatte kaum seine Worte beendet, da bat Phaeton um den Sonnenwagen. »Vertrau mir den Wagen an«, sagte er, »deinen Sonnenwagen und die geflügelten Pferde.« Wie bereute Helios, solchen Schwur getan zu haben? Dreimal, viermal schüttelte er sein erlauchtes Haupt. »Mein Sohn«, rief er, »deine Bitte hat mich zu Torheit verleitet. Wo könnte ich doch mein Versprechen ungeschehen machen?« »Alles würde ich dir zugestehen, nur nicht diesen Wunsch.« »Lass dir abraten, Sohn, es kann nicht dein ernster Wille sein. Was du in deinem Unverstande verlangst, geht weit über Menschenkräfte. Und dabei bist du noch ein Knabe. Nicht einmal die anderen Göttern, ja selbst Zeus nicht, der Donnerer, der über alle Götter herrscht, vermag solche Aufgaben zu meistern. Denn niemand außer mir kann auf der feuersprühenden Achse stehen. Helios redete voll Besorgnis auf den Sohn ein. »Lass dich doch belehren, Phaeton, steil beginnt der Weg, den mein Wagen machen muß, und nur mit Mühe zwingen ihn meine Pferde am frühen Morgen, obwohl sie doch noch ganz frisch sind.« Hoch über die Himmelskuppe führt dann die Bahn. »O Phaeton, selbst mich packt auf schreckliche Furcht und mein Herz zitternd vor Angst und Grauen, wenn ich aus der schwindelnden Höhe auf das Meer und die Erde unter mir hinabblicke. Die letzte Wegstrecke ist abschüssig. Da gilt es, Gewalt über die Zügel zu haben. Selbst Thetis, des Meergottes Nerois liebliche Tochter, die mich dann in ihre Fluten aufnimmt, ist immer wieder voll Furcht. Ich könnte in den Abgrund stürzen. Du weißt, dass das Himmelsgebäude mitsamt der Sternenwelt im ewigen Wechsel kreist. Bedenkst du auch, dass ich dieser Bewegung entgegenfahren muß? Wie wolltest du solcher Gewalten Herr werden, wenn ich dir den Wagen überließe? Unendlich Schweres würde ich dir damit außerdem entgegentreten. Vermöchtest du wohl, meine wilden Rosse zu meistern, die glühendes Feuer aus ihren Nüstern stoßen? Kaum mir wollen sie gehorchen, wenn die hitzige Wut sie packt. Phaeton wollte sich nicht überzeugen lassen. Soll mein Geschenk dir den Tod bringen, fuhr Helios in seiner Erregung fort. Phaeton, mein Sohn, lass ab von deiner Forderung, solange noch Zeit ist. Ein sicheres Unterpfand willst du, um wirklich als mein Sohn zu gelten? Ich gebe dir, was du auch willst, nur lass ab von deiner Bitte. Sieh mein Antlitz an, wie leiderfüllt es ist. Ach, könntest du mir ganz ins Herz sehen und alle Vatersorgen sehen? Blick um dich, Phaeton, Blick über Meer und Land, was sich deine Augen bietet, du darfst es dir wünschen. Keine Bitte soll dir versagt sein. Der Sohn stand noch immer reglos und sprach kein Wort. Phaeton, begann der Vater von Neuem, Lass dich doch überzeugen. Nicht eine Ehre ist es, was du forderst, sondern eine Strafe, die dir furchtbares Verderben bringen kann. Aber Phaeton blieb unbelehrbar. Bittend hing er dem Vater am Halse. So sei es, sagte Helios entschlossen. Ich habe es ja bei der Stücks geschwoh. Damit nahm er den Sohn bei der Hand und führte ihn zu dem Sonnenwagen des Hephaistos. Eos, unübertreffliche Arbeit. Golden war die Achse, golden die Deichse, golden die Radnarbe, Speichen waren aus Silber, mit herrlichen Edelsteinen war das Geschirr verziert. Phaeton trat vor das Wunderwerk und betrachtete es mit staunenden Blicken. In diesem Augenblick rötete sich der Himmel. Eos öffnete ihr Purpur-Tor und die Rosen erfüllte Vorhalle. Langsam wichen die Sterne vom Himmelsrund. Als letzter folgte ihnen der blinkende Morgenstern. Schiert die Rosse, befahl der Gott nun den geflügelten Horen. Wie schwer wurde ihm dieser Entschluß, aber es galt, jetzt keine Zeit mehr zu versäumen. Behände erfüllten die Horen des Gottesbefehl, führten die feuerspeienden Tiere von ihren Krippen weg, wo sie sich an der Göttersspeise Ambrosia erquickt hatten, und legten ihnen die herrlichen Zäune an. Helios nahm seinen Krug mit heiliger Salbe und strich sorgsam das Antlitz des Sohnes. »So wirst du der glühenden Flamme widerstehen können«, sagte er. Um das Haupthaar legte er ihm seinen Strahlenkranz. Bittre seufzte Rang sich aus seiner Brust, als er den Sohn voll Besorgnis mahnte, »Willst du meinem väterlichen Rate folgen, Phaeton, so nimm nicht die Stachelpeitsche.« Umso mehr aber gib Acht auf die Zügel, denn die Rosse rennen in solchem Ungestüm, dass es Mühe kostet, ihnen Einhalt zu gebieten. In weiter Krümmung zieht sich die Straße hin, du wirst deutlich die Wagenspuren erkennen, weder Himmel noch Erde vermögen, zu viel Sonnenhitze zu ertragen, darum lass den Wagen nicht zu tiefen Lauf nehmen oder zu hoch emporklimmen. Steigst du zu hoch, so verbrennst du das Himmelsgewölbe, kommst du der Erde zu nahe, so gerät sie in Brand. »Halte dich auf dem goldenen Mittelweg.« Doch nun genug der Worte, ich muß einem gütigen Geschick überlassen, wie es dich führen will. Auf nun, die finstere Nacht entflieht, wir haben keine Zeit zu versäumen. Die beiden standen nun vor dem Sonnenwagen. »Nimm die Zügel zur Hand, Phaeton«, befahl der Vater, »oder, wenn du noch umzustimmen bist, tu es nicht, mein Sohn, bleib auf dem festen Boden und steh ab von deinem törichten Wunsch. Überlaß mir die Aufgabe, der Welt das Licht zu schenken.« Aber der Jüngling hatte sich in seinem Eifer schon behände auf den Wagen geschwungen. Nun stand er oben, und glückselig, die Zügel führen zu dürfen, winkte er dem Vater, der voller Unmut dastand, seinen Dank zu. Ungeduldig stießen die vier geflügelten Rösser an die Schranke und wirrten in den Morgen hinein, daß ihr feuersprühender Atem die Luft erfüllte. Die Meeresgöttin Thetis, die Phaetons Großmutter war, ahnte nichts vom Schicksal des Enkels, als sie die Tore öffnete, und endlich breitete sich die Himmelsweite vor den Augen des Jünglings aus. In wildem Fluge stürzten die Rosse dahin und zerteilten die Morgennebel, die vor ihnen auf dem Weg lagen. Da merkten sie schnell, daß das Gefährt nicht die gewohnte Schwere hatte und daß auch das Joch ungewohnt leicht war. Schon kündigte sich das Unglück an. Wie die Schiffe, die nicht richtig Last führten, auf dem Wege schwankend hin- und hergeworfen werden, so schoß der Wagen, von der üblichen Last befreit, in wilden Sprüngen durch die Luft und schleuderte hin und her, als sei er führerlos. Die Rosse wurden schnell verwegener und verließen die ausgefahrenen Spuren ganz. Phaeton zitterte in wilder Angst. Wie sollte er die Zügel führen? Welchen Weg sollte er einschlagen? Wie sollte er die Rosse bändigen? Er war ganz und gar ratlos. Schon begann die furchtbare Hitze Unheil zu bringen. Phaeton blickte vom Himmel hinunter auf die Erde, die sich tief, tief unter ihm ausbreitete. Da ergriff ihn lähmender Schrecken. Hätte ich doch niemals nach meines Vaters Rossen verlangt, so ging es ihm durch den Sinn, hätte ich doch niemals von meiner wahren Abstammung gewußt und niemals die verhängnisvolle Bitte ausgesprochen. Nun war es zu spät. Was sollte er tun? Er wandte den Blick zurück. Da lag eine unendliche Strecke der Himmelsbahn hinter ihm, aber mehr noch breitete sich vor ihm die Weite der Himmelskuppe aus. Was sollte er nun beginnen? Phaeton starrte nach vorne. Er wagte nicht, die Zügel zu lockern, aber er hatte auch nicht die Kraft, sie anzuziehen. Wie sollte er die Pferde anrufen, da er nicht einmal ihren Namen wußte? Entsetzen hielt den unglücklichen Phaeton gefangen, als er so durch das Weltenall an den Sternenbildern vorbeigezerrt wurde. Da verließ ihn jegliche Überlegung. Von kaltem Grauen gepackt ließ er die Zügel fahren. Das war das Ende. Als die Zügel die Pferderücken berührten, verloren die Tiere jegliches Maß. Nun verließen sie ganz ihre Bahn, stürzten durch die Lüfte in unbekannte Gebiete und jagten, wohin ihre entfesselte Wut sie trieb. Jetzt stießen sie an die Ficksterne, dann wieder rissen sie den Wagen auf abschüssigem Faden in die Tiefe, brachten ihn in bedrohliche Nähe der Erde. Und dann geschah der verhängnisvolle Zusammenprall. Das feurige Gespann jagte in eine Wolkenschicht hinein, das sie sogleich in helle Flammen aufloderte. Schon griff der glühende Strom auf die Berggipfel über und versenkte sie. In tiefen Rissen klaffte die Erde auf, daß alle Säfte vertrockneten. Alles Grün war dahin, das Laub der Bäume schoss brennend in die Höhe und das Holz der Stämme bot den rasenden Flammen willkommene Nahrung. Weithin loderten die Saatfelder. Mit unermesslicher Kraft wälzte sich die Feuerglut durch das Land. Da sanken blühende Städte in Schutt und Asche, ganze Länder mit allen Menschen, die dort wohnten, kamen ums Leben. Die Wälder, die Felder, die Berge, alles ertrank in einem wilden Flammenmeer. Fassungslos starrte der unglückliche Phaeton in das Wüten der empfesselten Elemente, die er gerufen hatte. Kein Platz auf der Erde schien von dem Feuerbrand verschont. Wie sollte er selber die Glut der höllischen Flammen ertragen? Wie aus dem Innern einer Feueresse stieg die Hitze zu ihm empor und raubte ihm den Atem. Glühende Asche wurde hochgewirbelt und er füllte die Luft zum Ersticken. Schon fühlte er, wie der Wagen unter seinen Füßen zu glühen begann. Längst hatte er jede Richtung verloren. Die geflügelten Rosse rissen ihn, ganz wie sie wollten, durch den unendlichen Raum. Damals, so hieß es, wurden Afrikas Bewohner zu Negern. Damals trocknete Libyen zur Wüstenlandschaft aus. Der Erdboden klaffte in wilden Rissen auf, daß das Licht bis in die Unterwelt rang und die Abgeschiedenen in wilden Schrecken versetzte. Das Meer trat so weit von den Ufern zurück, daß hohe Berge auf seinem Grunde auftauchten. Die Wasserbewohner, die Fische und die Delfine suchten angstvoll die Tiefe und des Pontus Sohn Neroes. So wird berichtet, verbarg sich mit seinen Töchtern den lieblichen Nereiden verstört in seinen Höhlen. Selbst Poseidon, der Beherrscher der Fluten, hob die Arme über die Wellen. Die furchtbare Glut zwang ihn, in die kühle Wassertiefe zurückzukehren. Phaeton wurde inzwischen von dem erbarmungslosen Rossen weiter, durch das Himmelsrund geschleift. Da sprang die Glut auf seine Haare über, und jäh stand er in lodernden Flammen. Noch hielt er sich einen Augenblick aufrecht, dann wurde er in rasendem Wirbel durch die Lüfte geschleudert. Wie ein Komet sauste der brennende Körper durch das Himmelsall. Ohnmächtig hatte Helios das Schicksal des Sohnes miterleben müssen. In unermesslicher Trauer verhüllte der Gott sein Haupt. Fern der Heimat nahm ein mächtig breiter Strom den Toten in seine Wellen auf und wusch ihm die glühende Asche vom Antlitz. Mitleidige Naiaden, die Nymphen des Flusses, gruben ihm ein Grab und bestatteten Phaeton, der seine Verwegenheit so grausam hatte büßen müssen. in einem Kimmel